Hi Leute, hier nochmal ein kleines Video. Das ist mein Silvesterfeuerzeug. Ein Sturmfeuerzeug von Küstengold. Das ist eine Eigenmarke von Familar oder Kombi. Kostet 99 Cent. Relativ starke Flamme. Man kann es jetzt vielleicht schlecht sehen, weil es zu hell ist. Es ist nachfüllbar, was auch sehr gut ist. Flamme lässt sich hier einstellen. Dieses Feuerzeug ist schon drei Jahre alt und funktioniert immer noch. Das für 99 Cent. Und die Flamme ist wirklich windfest. Klar, sie hält jetzt kein Orkan oder so, aber so für deutsche Wetterbedingungen völlig in Ordnung. Wie gesagt, das kostet 99 Cent. Und gibt es an der Kasse bei Kombi, bei Familar. Wenn ihr also nicht so viel Geld ausgeben wollt und trotzdem was Stabiles und braucht es für Silvester, weil es mal wieder windig ist oder auch sonstiges zum Grill anzünden oder so, kann ich dieses hier empfehlen. In diesem Sinne, guten Rutsch.